Was ist Kreativität? Aus dem Nichts etwas Neues schaffen. Ausschweifend, immer besonders, aber ganz selten präzise. Die Fähigkeit, das Erwartbare zu vermeiden, den Status quo herauszufordern und zu überraschen. Kreativität ist individuell. In den ersten Jahren meiner beruflichen Laufbahn habe ich mir nie die Frage gestellt, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Ich habe einfach als Kreative hart gearbeitet und wollte zu den Besten gehören. Meine Partnerin Dörte und ich möchten mithelfen, dass deine Idee entsteht. Die meisten Leute haben bestimmt irgendwas Kreatives in sich, aber werden für die falschen Sachen gelobt. Kreativität ist etwas, was ich hoffe, dass jeder es für sich entdeckt und lebt. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen bei irgendwelchen stumpfsinnigen Tätigkeiten verkümmern, die großartige Kreative sein könnten. Deshalb kann ich nur raten, probiert euch aus. Testet, ob euch Kreativität Freude bereitet und Ergebnisse bringt. Don't ask if your dreams are crazy. Ask if they are crazy enough. Auch du wirst so eine Idee haben. Irgendwann. Vielleicht demnächst. Dann geh doch schon netto! Geiz ist geil! Schrei vor Glück oder schick zurück. Die wertvollste Marke der Welt, das ist nicht Google, Apple oder Coca-Cola, das seid ihr selbst. Und wertvolle Dinge sollte man pflegen. In den heute fast fünf Jahrzehnten an der Kreativitätsfront habe ich nur eins noch nicht erlebt. Langeweile. Mein Name ist Jean-Rémy und ich begrüße euch bei Meteor Master. Also, lasst uns alle gemeinsam die Kreativität feiern.